moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die season 5 zombie herausforderung limbo lösen könnt und die visitenkarte freischalten könnt hierfür müsst ihr fünf runden aufeinander folgend im todesstreifen überleben der todes streifen leute ist hier links und rechts vom packer punch wo die türme sind und in diesem bereich müsst ihr dann fünf runden spielen ich würde euch empfehlen fangt in laurens an so wie ich ich mache das jetzt in runde fünf da braucht ihr eure waffe nicht punchen das geht auch ganz easy mit dem messer noch ein kleiner tipp von mir geht auf die seite wo auch die munitions box ist falls ihr keine munition haben solltet könnt ihr euch dann so easy die munition auffüllen das war's dann mit dem video leute ich hoffe ich habe das video gefallen falls ja lasst doch ein like das schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo mehr haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten sehen wir uns im nächsten stream oder beim nächsten video tschau